okay hatte ich das nicht so anscheinend nicht aber das ist das material welche ich haben möchte vielen dank dafür da bin ich jetzt echt froh darüber gibt mir auch noch ein bisschen mehr wäre echt nicht schlecht warum hast du nicht macht uns gar nichts genau weg steigen doch ich schreibe wieder hier draußen macht uns auch nichts okay was hat uns die arbeit gebracht jetzt habe ich aber kein metal mehr weil das will ja nicht funktionieren und ich habe auch keine steine mehr viel zu wenig aber so funktioniert youtube und die werden wir im nächsten part irgendwo anbringen einfach weil wir es haben und damit wir sehen wie es aussieht oder ich zumindest ich könnte das auch hier auslegen mit allem und statt draußen was zu tun ihr wisst dass zu viele von euch hier sind ihr wisst das oder so dass wir darüber geredet haben unschuldig herumstehen genauso genau so schlecht lady kein pardon wow wow die schlange ganz schön viele jeder darf in den himmel kommen oh hier ist was kaputt gegangen sterbenszeit sterbenszeit danke fürs wasser das war anstrengend das laufen hier ein paar rum wunderbar okay scheint wieder ein bisschen ruhiger zu sein einer muss wieder hier einer muss wieder aus der reihe tanzen okay es scheint wieder ruhiger zu sein sagte ich okay perfekt da habe ich mir noch einen schluck verdient würde ich sagen mal hoch futtern und ich sollte das jetzt wirklich mal ordnen weil ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus ich könnte noch ein paar chests machen oder ich habe jede menge sand gut brauche ich noch ein bisschen stein und durch den sand mal hier rauf ja das ist jetzt nicht so viel das ist ganz schön anstrengend aber jetzt wo ich mal das ding weiß kann es ja gar nicht mehr so schlimm werden oder hier habe ich auch noch stein drinnen was macht das hier drinnen da muss ich fast eine reihe nur steine und eine reihe irgendwie oder also habe ich aber gar kein holz mehr okay dann mache ich morgen holz da muss ich fast ein paar so hinstellen holz das wird dann auch zu wenig werden aber ist okay das sieht man alles noch immer relativ stabil aus kann ich hier etwas durch klatschen ich hoffe nicht dann breche ich mir alle knochen wenn ich da drinnen bin ja ist empty okay das sollte wirklich die reserve hier drin sein ich habe doch glast ja das ist richtig habe ich die nicht vielleicht hier irgendwo rein getan das heißt wenn ich ganz viel von denen sammle da hatte ich nur elf von denen also sollte ich doch jede menge davon sammeln richtig oh das möchte ich auch noch probieren warum wo habe ich das jetzt hingetan hier her links klick tut sich nichts ich geh mal raus na ach dann kommen die zombies jetzt ist gerade wieder alles ruhig es ist kein einziger zombie beim haus so eine horde mal abknallen tut ganz gut okay also das funktioniert nicht das funktioniert nicht warum hatte ich grilled chicken drinnen und was ist mit dir nobody knows nobody knows nobody knows okay holz und sortieren und was will ich noch was ist noch der plan stein natürlich für mehr von dem anderen zeug und hier drin will ich ausbauen schon längst oh mein gott how can I do this soll ich das ganze holz weg tun und was anderes auch damit ich mich sicher fühle mit dem anderen komme ich nicht das lass ich mal lieber so das ganze hier ändern wäre nicht schlecht aber meinen Boden könnte ich ändern das ist ja wirklich nicht gerade stabil das ist das Problem da muss ich aber meinen Kühlschrank wegtun und für einen Kühlschrank will ich nicht wegtun das ist mein Kühlschrank das ist der beste Kühlschrank den es gibt und das bedeutet ich weiß es nicht wartet lasst mich überlegen okay okay Ergebnis gekommen das Dach sieht man nicht sicher aus was mache ich auch mit dem Rehenforst das muss ich auch irgendwo anbringen das würde ich draußen anbringen weil er gibt mir einfach keine Pipes mehr dafür aber ist okay oder ich bin komplett bekloppt und habe einfach was anderes gemacht und ich rede die ganze Zeit Blödsinn das könnte natürlich auch sein aber ich bin erschöpft von dem Tag ich habe es geschafft wieder was zu craften wieder was gelernt für mich wunderbar überhaupt war er der völlig unnötig ist aber hey 30 Stück hatte ich das nicht wo reingetan hatte ich das nicht hier reingetan möglicherweise auch nicht möglicherweise auch nicht ich habe noch Chests ohne Ende also ohne Ende ist gut aber hey wir wollen jetzt nicht mal so das nervt mich kann ich? okay kann ich okay jede Menge Chests und ich habe ein Bett und da ich so selten schlafe wer kann hier schon schlafen oder? alright ich werde das irgendwann anders ich habe keinen Bock zum schlichten ich haue einfach alles rein und dann werde ich jedes Mal werdet ihr das Geräusch hören jedes Mal dieses Geräusch tausend Mal am Tag oh ja genau so sieht es nämlich aus okay dann überlege ich mir was ich machen will außer Steine sammeln und wie ich das verbauen werde ich sollte mich nicht hier blicken lassen oder? komme ich jetzt nicht hier durch weil ich die Kiste hingebaut habe gut das ist überhaupt kein Problem Chests wird komplett zerstört? okay ich habe genug an Holz soll es nicht scheitern das ist mein geringstes Problem dass ich hier irgendwelche Chests zu wenig habe ich könnte hier natürlich spaßhabende Tür anbringen rein aus komplett sicherheitstechnischen Gründen noch ich habe aber gar nichts gerade derzeit um irgendwas zu machen nun gut hatte ich nicht vielleicht was reingelegt? seht ihr? das ist das Problem seht ihr? das ist das Problem danke fürs zusehen machts gut tschüss